Ich schäme mich, dass er eine Genehmigung hat. Ich schäme mich dafür. Ich bin Deutsche und es tut mir leid, dass nur jemand hier gespressen kann wie Hitler. Ich schäme mich. Wo seid ihr? Warum steht ihr nicht auf in unserem Land? Warum nicht? Warum haltet ihr eure Klappe? Wollt ihr, dass es hier genauso kommt wie in diesen Ländern, wo es hier herkommt? Wollt ihr das? Hör auf damit zu provozieren. Hör auf damit. Doch, hör auf damit. Hör auf damit zu provozieren. Wir müssen aufstehen. Wir müssen aufstehen. Es gibt viele Leute, die aufstehen. Hör auf. Wir müssen aufstehen. Hör auf. Hör auf.